Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian dem Wohnprinzen. Heute geht es um das Thema bunte Möbel, beziehungsweise habe ich mir etwas Neues besorgt. Was das ist, das seht ihr jetzt. Ich habe ja diese Tische hier, ich zoome euch mal eben raus, so. Und finde die nicht mehr ganz so stylisch, sondern habe so diesen neuen Trend mitbekommen. Also knallbunte Möbel und ich bin da auf fashionforhome.de wie gesagt gewesen, kurz zu fashionforhome.de. Fashionforhome ist ein Online-Shop, ziemlich cool, von A bis Z, also für jeden Wohnbereich gibt es dort coole Möbel, Deko-Objekte, Lampen. Also ein Shop, den ich euch wirklich ans Herz legen kann. Schaut definitiv mal vorbei. Das coole ist, es ist versandkostenfrei und ich war gerade nochmal auf der Seite. Es gibt einen 10-Euro-Gutschein, wenn man sich beim Newsletter anmeldet. Verlinke ich euch einfach mal unten in der Infobox. Hier hinten ist das Paket. Ich stelle den Tisch mal eben weg. Hier hinten ist das schöne Paket. Das habe ich schon offen. Und wie hat da Alfred immer gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Und das habe ich auch, denn ich habe den Tisch bereits aufgebaut. Zieht euch mal bitte die Farbe rein. Der ist knallgelb. Damit holt ihr euch so einen Eyecatcher in die Wohnung. Und das ist so quasi meine neueste Errungenschaft, mein neuer Tisch von Fashionforhome. Ich habe davon zwei und das ist ein ziemlich cooler Tipp von mir. Wenn ihr nicht viele Farben in eurer Wohnung habt, dann erlaubt euch ruhig ein knallbuntes Möbelstück. Ob das wie hier jetzt ein Tisch ist oder zwei, eine Anrichte oder ein knallbuntes Regal, ein knallbunter Schrank oder auch ein Sessel. Dann holt ihr euch einen richtig coolen Kick mit rein. Das ist so zum Thema knallbunte Möbel. Da werdet ihr auf Fashionforum fündig. Mein Tipp oder was ich gerne machen möchte mal für ein zukünftiges Projekt oder wenn ich umgezogen bin, möchte ich mir so eine Drehecke, wo ich meine Videos in Zukunft drehe, machen. Die Wand in einem schönen warmen Grauton, also schöner satter Ton, nicht hell, sondern dunkelgrau. Davor ein knallgelber Tisch und ein knallpinker Ohrensessel. Coole Lampe dazu und das wird richtig stylomato aussehen. Wenn ihr dem Trend knallbunte Möbeln folgen möchtet, da gibt es etwas zu beachten. Man kann eine Farbe wählen und dann eine neutrale, wie zum Beispiel ein Grauton, den ich gerade erwähnt habe. Oder man nimmt noch eine zweite Signalfarbe dazu, wie eben schon erwähnt mit dem Pink. Das ist ein krasser Kontrast, das passt definitiv zusammen. Und je krasser der Kontrast ist zwischen den beiden Farben, desto besser wirkt es am Ende. Aber immer darauf achten, dass die Farben auch zueinander passen. Also ich würde jetzt keinen Grüntisch dazu machen, weil es mir persönlich nicht gefallen würde. Grün und Gelb passen zwar auch zusammen, aber der Kontrast sollte krasser sein. Ja, der Tisch ist Hochglanz, also er hat oben eine Hochglanzoptik, das liebe ich. Das sieht immer noch ein bisschen edler aus. Der Fuß ist aus Metall, da sind unten noch ein paar coole Noppen bei. Ein paar coole Noppen, also die dafür zuständig sind, dass man den Boden nicht zerkratzt. Ansonsten gibt es den Tisch, soweit ich weiß, auch in anderen Farben. Und falls ich euch jetzt neugierig gemacht habe, schaut einfach mal direkt vorbei. Was sagt ihr zu dem Thema knallbunte Tische? Meine Kommentarfrage an euch. Habt ihr ein buntes Möbelstück oder welche Farbe würdet ihr euch knallig in eure Wohnung holen oder in euer Zimmer? Postet es jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Thema knallbunte Möbel gefällt und dieses Video, gib dem Video einen Daumen hoch. Am Ende verlinke ich dir nochmal eines meiner letzten Videos. Und ja, wie gesagt, alle Infos, alle Links wie immer unten in der Infobox, wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest. Schau auf meinem Kanal vorbei. Das war's jetzt soweit. Ich werde jetzt nochmal zwei, drei schöne Bilder einblenden von meinem neuen Tisch oder von meinem neuen Tischchen. Und ja, hoffe, dass ich euch so einen kleinen Tipp geben konnte. Also traut euch. Das soll euch animieren, dazu animieren, euch knallbunte Möbel in die Wohnung zu holen. Und einfach mal ein Statement zu setzen. Ich hoffe, dass euch das kurze Video gefallen hat. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos und den Videos meiner YouTube-Kollegen. und danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Wohnprinz Basti. Ciao!